Ja, es war auf jeden Fall ein Kampf. Hat mega Spaß gemacht. Und am Ende hat es gemeint. Super. Ja, aber wie so ein Profisportler, muss ich ruhig sagen. Und bei dir? Jetzt noch in den letzten, leider nicht mehr. Wie kam es? Das war echt anstrengend. Ich bin aber noch bei einem Wassergefallen. Also, super gemacht. Und er macht immer noch 100 Euro, ne? Also, gleich die Siegererung hier nebenan. Ich danke euch recht herzlich. Und ein Riesenapplaus für unsere Zwei-Gewinner auch natürlich. Ja, also, zuerst hieß es ja, dann hieß es doch wieder nein. Also, die Entscheidung, die gefallen war, war dann leider Gottes doch richtig. Für dich hieß es leider, für den anderen Gott sei Dank, ne? Und zwar fehlt noch Platz für den Alex Hein. Danke. Bitte schön. Komm mal. So, dann geht es nochmal weiter. Moment. Platz 3 Platz 3 Bei den Frauen ist die Lena Weckau. Und natürlich 50 Euro für die Kasse, ne? Dankeschön. Komm mal, einmal für dich. Bitte schön. Der dritte, bei den Herren, haben wir den Thomas Butzelk. Auch 50 Euro. Einmal für dich auch, ne? Dann haben wir... Dann haben wir den zweiten Platz bei den Herren, den Jakob Linke. Dankeschön. Vielen Dank. Und bitte schön, einmal noch die Urkunde. Dann haben wir den zweiten Platz bei den Damen. Zweiter Platz und 100 Euro gibt es auch noch und die schöne Urkunde von mir. Und dann haben wir den ersten Platz bei den Herren, das ist der Johannes Bachen. Hier einmal eine schöne Urkunde und 300 Euro. Und ein Pokal in der Herren. Danke, danke, dass du dabei warst. Und sie haben den Rennacher berief wieder. Seid mir kurz, das Geschenk war richtig. Die, die geschenkt hat, kriegt ihr jetzt halt jetzt. Aber gut, ihr werdet euch, glaube ich, eigentlich was er macht in der Runde. Das ist super schön. Einmal für dich. Den haben wir zu viel. Einmal zurück. So. Einer war verschrieben. Und jetzt dürft ihr gleich mal alle jubeln. Schön laut jubeln, okay? Eins, zwei, drei. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.